Vom Einkaufen bis hin zum Spielen auf dem Spielplatz. Für Kleinkinder ist jede Alltagssituation ein spannendes Abenteuer. Mit der Buchreihe TipToy Suchen und Entdecken können die Kleinsten diese Momente immer wieder erleben. So begleiten Kinder im Buch Meine Welt, Younes und seine Familie durch den Tag und erweitern so spielerisch ihren Wortschatz. Die Schaufel. Wo steckt die Schaufel im Sand? Toll, du hast die Schaufel entdeckt! Neben einfachen Suchspielen ist es die Mischung aus authentischen Geräuschen, kindgerechten Erzähltexten und Reimen, die Kinder motivieren, auf Entdeckungsreise zu gehen. Auf sieben liebevoll illustrierten Doppelseiten lernen die Kleinsten so spielerisch ihre Umwelt kennen. Schritt für Schritt in ihrem eigenen Tempo. Besonders beliebt sind die speziell für Kleinkinder komponierten Lieder. Die TipToy-Redaktion empfiehlt die Buchreihe Suchen und Entdecken ab zwei Jahren. Das Buch Meine Welt ist auch als Starterset mit Stift erhältlich. Mit einfachen Suchbildern, Geräuschen, Reimen und Liedern entdecken Kinder spielerisch Alltagssituationen. In Ergänzung zur Buchreihe gibt es auch Spiele für Kinder ab zwei Jahren. Das TipToy-Sortiment umfasst über 100 Bücher, Spiele und Brüssels mit den wichtigsten Lern- und Wissensthemen für Kinder zwischen zwei und zehn Jahren. Weitere Informationen zu TipToy auf www.tiptooy.de